So meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Video und heute gucken wir uns ein Video an Schlechte Nachrichten für das iPhone 15 Ultra oder iPhone 15 Pro Ihr wisst ja, ich hole mir jedes Jahr das neueste iPhone Sprich, jedes Jahr, wenn das neueste iPhone kommt, bin ich schon Direct ready und will es mir kaufen Nur, sag ich mal, was so ein bisschen scheiße ist iPhones werden nicht so krass immer entwickelt Also die werden schon gut gebaut und alles Aber die bringen jetzt keine heftigen neuen Funktionen rein Die tun das erst immer testen und dann tun die das erst immer über Jahre ins iPhone implementieren Und ja, dieses Jahr soll es ja so sein, dass das iPhone 15 Ultra Maybe einen zusätzlichen Button bekommt, wie bei der Apple Watch Ultra Oder halt auch, was auf jeden Fall, denke ich, kommen wird Das USB-C und ein Titan-Gehäuse Das wird auf jeden Fall kommen Und die dünnsten Displayränder, die es jemals gab, soll es geben Bin ich auch sehr gespannt drauf Weil, wenn man jetzt, sag ich mal so, die Oberfläche vom iPhone sieht Das könnte ein futuristisches Handy sein, wenn diese scheiß Displayränder mal kleiner wären So die Notch, die stört mich gar nicht so krass Ich finde, die hat sogar was Aber die Displayränder müssen definitiv dünner werden Wenn man da mit der Konkurrenz mithalten will Ähm, ja, meine lieben Freunde Ich würde einfach mal sagen, wir gucken uns mal an, was die schlechten Nachrichten jetzt fürs iPhone sein sollen Lassen schon mal ein Like da Ähm, abonniert auf jeden Fall hier den Channel MoKit macht sehr, sehr gute Videos Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein in die Olga Teurer, neue AirPods Pro mit USB-C stehen in den Startlöchern Und es sind nur noch wenige Monate, bis Apple ein vollkommen neues und extrem spannendes Produkt auf den Markt bringen wird Alles darüber und noch etwas mehr erfahrt ihr in diesem Video Hört sich schon mal interessant an Bevor es richtig losgeht, noch ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache Wenn ihr uns dabei unterstützen wollt, unabhängiger von externen Werbepartnern zu werden Dann kann ich euch auf jeden Fall unsere eigene MagSafe Halterung aus Nussbaumholz und Leder empfehlen Ich habe diese gemeinsam mit einem Tisch Und schreibt mir eure Meinung dazu Ja, wenn ihr die kaufen wollt, kauft die hier Machen wir weiter mit dem eigentlichen Video Und starten wir hierbei mit dem iPhone Denn wie es aussieht, arbeitet Apple nach wie vor immer noch an Touch ID unter dem Display Wie es aussieht Was ist das? Also der hat gerade Infos, die sind ja ein bisschen komisch Das habe ich noch gar nicht so gehört Wäre krass, würde ich feiern Die soll diese Technologie aber frühestens zwei Jahre Nachdem Apple Face ID unter dem Display verbaut Zum Einsatz kommen Und das ist frühestens für 2025 geplant Das heißt Touch ID feiert frühestens 2027 sein Comeback Und bis dahin sind einfach noch so viele Jahre Dass das Ganze einfach vollkommen ungewiss ist Aber es ist einfach super interessant Ja, ich finde Touch ID gar nicht mehr so heftig Also als Alternative würde ich es auf jeden Fall reinbringen Das würde ich machen Aber, oder als zusätzliche Als Zusatz So Gesicht muss erkannt werden Und das, äh, der Daumen So als Doppelding Das wäre krass Das würde ich auch noch fühlen zur Sicherheit Das wäre auch so ein Apple-Ding Würde ich fühlen Ähm Aber, äh, ich würde es, sag ich mal, ein bisschen doof finden Äh, das 2027 zu bringen Das hat dann auch keinen Sinn mehr eigentlich Also andere Hersteller haben es jetzt schon In einer perfektionistischen Art Äh, es wird bis dahin, denke ich, vielleicht sogar noch was anderes geben Könnte ich mir vorstellen Äh, finde ich aber jetzt, äh, eine extrem unwichtige Info gerade eigentlich irgendwie Apple hier dran einfach immer noch arbeitet Etwas konkreter wird es dann bei den iPhone-15-Modellen Welche Apple ja noch dieses Jahr auf den Markt bringen wird So soll der LiDAR-Sensor, welcher in den Pro-Modellen verbaut ist In Zukunft von Sony gefertigt werden Und einige interessante Upgrades beinhalten So soll dieser schlichtweg performanter sein Und gleichzeitig weniger Energie verbrauchen Und wenn man sich anschaut, was Apple im Bereich AR und VR noch geplant hat Ist es nur logisch, dass Apple diesen LiDAR-Sensor in Zukunft noch besser gestalten möchte Außerdem scheint es mit Ja, ist eine coole Info Ist ein cooles Gimmick Aber ganz ehrlich, also ich habe den LiDAR-Sensor, glaube ich Pfff, drei, viermal benutzt im Leben Äh, also den muss man jetzt nicht unbedingt so signifikant verbessern Gibt es für mich andere Teile bei einem iPhone Wie zum Beispiel das Design, was ich finde, was äh Ein bisschen mehr herausstechen sollte Mittlerweile ist ganz klar, dass das iPhone 15 Pro deutlich dünnere Display-Ränder bekommen soll Es wurden hier quasi Frontgläser, die man als Schutzgläser installieren kann, geleakt Die zeigen, dass die Display-Ränder wirklich deutlich, deutlich dünner werden Und so soll das iPhone 15 Pro, zumindest nach dem aktuellen Stand, die dünnsten Display-Ränder auf dem Markt erhalten Es ist ja bereits seit... Sehr geil Seit einiger Zeit bekannt, dass Apple an eigenen 5G-Modulen für ihr iPhone arbeitet Welche durch TSMC gefertigt werden sollen Aktuell kauft Apple die 5G-Module ja noch von Qualcomm Und die sind ziemlich teuer Und es soll wohl 2024, also beim iPhone 16, dann endlich soweit sein Dass Apple eigene 5G-Module in diesen iPhones verbaut Und somit weniger für diese in der Produktion ausgeben muss Was für die Kunden meistens gut ist Oder Apple erhöht halt einfach die Gewinnmarge Im gleichen... Ja, ich denke einfach mal, egal wie sehr da... Also die werden schon sparen und die werden auch, denke ich, nicht den iPhone-Preis reduzieren Vielleicht keringfügig, aber die werden definitiv dann auch keine Erhöhungen machen Hoffe ich zumindest, weil das iPhone jetzt mit ihren 1.5... Man muss auch irgendwo sagen, irgendwo muss auch mal Schluss sein Wenn jetzt mit dem Titan-Gehäuse da auf einmal 2 draufstehen Dann weiß ich nicht, ob ich es irgendwann noch einsehe, jedes Jahr 2K Oder wie gesagt, du gibst ja auch... Du musst es ja auch so sehen Du bezahlst, aber du... Ja, du hast ja auch, sag ich mal wieder, den Wiederverkaufswert von dem Produkt Aber du tust natürlich eine gewisse Differenz immer wieder bezahlen Und die ist schon... Das ist jetzt schon wenig Wenn du jedes Jahr 400, 500 Euro für ein iPhone im Endeffekt ausgibst Krass Im Atemzug erhärten sich jedoch auch die Gerüchte, dass die iPhone 15 Modelle teurer werden sollen Während sie das in Deutschland schon letztes Jahr geworden sind Sind in Amerika die Preise seit dem iPhone 10 sehr konstant geblieben Selbst das iPhone 10 kostete damals schon 999 US Dollar Genauso viel wie das iPhone 14 Pro Das iPhone 15 Pro soll jetzt aber letzten Endes teurer werden Das liegt an verschiedenen Faktoren Unter anderem daran, dass Apple beim iPhone 15 Pro ja wirklich viel neue Hardware verbaut Zum Beispiel einen Rahmen, der nicht mehr aus Edelstahl, sondern aus Titan gefertigt ist Neue Taptic Engine Module Neue Buttons, die sich nicht mehr herunterdrücken lassen Eine Periscope Kamera und vieles mehr Und so soll der Preis beim normalen iPhone 15 Pro um 100 Dollar steigen Geht Also wenn's Ich hab halt Angst, dass es auf einmal 300 oder 400 Dollar mehr sind Weil dann, wie willst du da zahlen Also ganz ehrlich so Dann kannst du aufhören Das zu machen, das bringt nämlich gar nichts Das ist dann einfach viel zu teuer Viel zu gedingst Es ist generell irgendwann halt die Frage Ob man das jedes Jahr dann sich immer das neueste iPhone holt Oder keine Ahnung Ich würd's halt auch gut finden Wenn man, sag ich's mal, für gewisse Leute Ja, einfach besser zugänglicher macht Die, äh, keine Ahnung Sich da jedes Jahr mit dem Treue-Bonus erarbeiten oder sowas Wenn sie jedes Jahr sich neue Geräte kaufen Weil da ist schon echt viel, was da man sich im Jahr eigentlich bei Apple so bestellt Eigentlich Besonders gespannt bin ich jedoch, wie sich das auf die Preise in Deutschland auswirkt Denn wie bereits Diese deutsche Flagge Deutschland Angesprochen ist das iPhone 14 pro Jahr bei uns bereits teurer geworden Während es in Amerika gleich teuer geblieben ist Was am Wechselkurs zwischen dem Euro und dem Dollar lag Und dieser, nun ja, der hat sich im letzten Jahr wieder etwas gebessert Das heißt, der Euro steht jetzt wieder etwas besser da Und das könnte dazu führen Dass selbst wenn das iPhone 15 in Amerika teurer wird Die Preise in Deutschland in etwa gleich bleiben Hier eine verlässliche Aussage zu treffen Ist aber fast unmöglich Kommen wir nochmal, Krupp? Ja, ich denke, das wird sich aufwiegen Ich denke, die werden in Deutschland jetzt nicht sagen Hier, Bab, äh, keine Ahnung 1, 6 oder so Anfangen oder so Ich denke mal, die Preise werden relativ stabil bleiben Wie ich jetzt auch Apple so einschätze Zurück zum iPhone 15 Pro selbst Und hier haben wir ja schon ein paar Mal darüber gesprochen Dass dieses keine physisch drückbaren Tasten mehr bekommen soll Sondern nur noch Buttons, die einen Druck durch einen Taptic Engine simulieren Besonders gespannt bin ich hier dabei darauf Wie Apple das mit diesem Mute-Switch regeln möchte Denen sie ja bereits seit dem allerersten iPhone verbauen Ja, das Problem ist halt nur Was ich gehört habe, das soll nicht kommen Also, habe ich bei anderen YouTubern gesehen Äh, die eine Die ein bisschen größer sind als 11 Vielleicht haben wir sogar darauf reagiert Auf jeden Fall habe ich auch ein Video gesehen Wo dann Leute meinten Nee, das kommt nicht Weil es irgendwie da Komplikationen gab Und er meint ja Oder wahrscheinlich Am Ende des Tages können wir es alle nicht wissen Weil am Endeffekt Apple will natürlich, dass darüber geredet wird Aber man weiß es halt nicht Und den sehr viele Leute sehr praktisch finden Und nun ja, aktuell sieht es danach aus Dass dieser Mute-Switch in einen Button umgewandelt wird Den man halt auch nicht drücken kann Aber bei dem dann eben ein Druck simuliert wird Über einen Tablet Engine Und über den man dann das iPhone nach wie vor Lautlos bzw. wieder auf laut schalten kann Was hier aber besonders interessant ist Ist, dass dieser Mute-Switch-Button Möglicherweise frei konfigurierbar sein soll So kann man darauf zum Beispiel die Foto-App legen Oder auch die Taschenlampe Und so sein iPhone nochmal ein bisschen individueller nutzen Besonders gespannt bin ich in diesem Zusammenhang auch darauf Wie Apple mit diesen neuen Tasten Die sich nicht mehr herunterdrücken lassen Das Problem lösen möchte Wie das iPhone, wenn es ausgeschaltet ist Erkennt, dass eben, dass diese Taste gedrückt wird Wenn die eben keinen physischen Druckknopf mehr betätigt Und so ist es wohl geplant Dass der aktuelle Mikro-Prozessor Der bereits im iPhone verbaut ist Der super wenig Energie verbraucht Und dafür sorgt, dass man das iPhone auch auffinden kann Wenn es ausgeschaltet ist Halt einfach so weit erweitert wird Dass der zusätzliche Funktionen ermöglicht So zum Beispiel eben Dass wenn das iPhone ausgeschaltet ist Man es eben anschalten kann Und diese Knöpfe nach wie vor mit Strom versorgt werden Aber auch soll man beim iPhone 15 Pro Auch wenn der Akku leer ist Beziehungsweise das iPhone ausgeschaltet ist Weiterhin Apple Pay nutzen können Und das, das klingt wirklich interessant Also das ist, äh Auch jetzt eine geile Swoppy-Werbung Äh, also das ist wirklich sehr interessant Also, äh Das hört sich sehr krass an Also das wäre heftig Also ich bin generell gespannt Also ich, äh Freu mich dieses Jahr wieder extrem Auf die ganzen Apple-Sachen Weil, äh Das ist für mich immer so Sag ich mal die Äh, so dieses, äh Ende des Jahres So guckst dir die ganzen Apple-Sachen an Du sitzt um 19 Uhr Äh, irgendwann dann Anfang September Äh, ja Anfang September Im, äh Hier auf der Couch Guckst dir da auch hinten auf dem Fernseher Den Livestream an Ich freu mich wie Bolle Dann immer, äh Wenn's losgeht Und ich bin dieses Jahr Sehr, sehr gespannt Ich freu mich einfach extrem auf, äh Das neue iPhone Die neue Apple-Watch Das soll ja auch die neue Apple-Watch Krass werden Ich find das einfach geil Das ist einfach, äh Sag ich mal Das, was mir dann, äh So bis Ende des Jahres Immer so So nochmal, äh Die Zeit versüßt Und, äh Du hast halt einfach am Ende des Tages Und so dieses Produkt Wo du alles mitmachen kannst Es wird cooler Wenn man halt, sag ich mal Krassere Verbesserungen hat Aber Ich sag mal so So wie das ja jetzt aussieht Soll ja schon einiges kommen Was ganz cool ist Aber halt Es fehlt mir so dieses BAM Jetzt hast du was richtig Heftiges So Das ist irgendwie Nicht mehr so da Also diese 120 Hertz Die Also Da hab ich ja fast Ein Ständer bekommen Als ich da, äh Ein iPhone mit 120 Hertz gesehen hab Vielleicht erhöhen sie es auch nochmal Auf 144 oder so Warte, wichtig Ein kurzer Einschub Aus dem Schnitt Zum Thema Soul State Einige neue Leaks zeigen auch Dass wir wohl Dieses Jahr noch Keine so Buttons Sehen werden Was Apple im Endeffekt Wirklich macht Werden wir wohl Erst zum Release erfahren Ja Davon hab ich nämlich auch gehört Hier sieht man es nochmal Wovon ich eben Geredet habe Jetzt haben wir es auch nochmal Hier auf jeden Fall Bestätigt Also Das wird Wahrscheinlich Denke ich auch nicht kommen Und das Finde ich dann scheiße Ich hoffe es kommt Aber Ich denke es kommt auch nicht Weniger gut Klingt das Gerücht Das Apple wohl plant In Zukunft Bei allen iPhone Modellen Und nicht mehr nur in Amerika Auf einen physischen SIM Karten Slot Zu verzichten Wir haben es ja bereits Beim iPhone 14 gesehen Dass Apple hier in Amerika Auf diese physische SIM Karte verzichtet Und es nur noch Zwei E-SIM Module gibt Und naja Das könnte jetzt mit dem iPhone 15 Weltweit ausgerollt werden Ein Grund hierfür ist Dass Apple dann mehr Platz Für diese zusätzlichen Taptic Engines hätte Die sie verbauen wollen Damit die Tasten sich Nach wie vor Natürlich anfühlen Ja aber was ist der Nachteil davon Und dementsprechend Sollten wir uns Darauf langfristig Einstellen Und ich bin tatsächlich Sehr gespannt Wie das in den Restlichen Ländern Ankommen wird Denn ich persönlich Nutze mein iPhone Nach wie vor Mit einer physischen SIM Karte Und ich wette Vielen von euch Da draußen geht es Genauso Aber wir haben ja Bereits in der Vergangenheit Gesehen Dass wenn Apple So einen neuen Trend Losstößt Dass sich das dann In der Welt Relativ schnell umsetzt Zuletzt gesehen Bei dem Backlassen des Kopfhöreranschlusses Auch nochmal spannend wird Also ich finde das Gar nicht schlimm Ich rufe dann einfach Meinen Mobilfunkanbieter an Die stellen mir das um Und gut ist Also Ich erkenne da jetzt nicht Die Die tieferliegende Problematik So Also weiß ich jetzt Ehrlich gesagt nicht Das sehe ich irgendwie nicht so Und Immer wenn ich Sag ich mal Das Sag ich mal Switche Vielleicht kann man das ja auch Immer noch Ein bisschen erleichter machen So Dann setzt man sich halt einfach Damit auseinander Dann muss das halt immer Irgendwie getauscht werden Das kriegt man ja immer irgendwie hin Telefonisch und so Und gut ist Also ich denke mal Das wird schon gehen Vielleicht wechsle ich jetzt auch noch Die nächste Zeit Auf eine E-SIM Weil Ganz ehrlich Das braucht man eigentlich gar nicht mehr Also ich finde es gut Weil es gibt viele Kollegen von mir Die haben Probleme mit diesem Slot Weil aufs Handy fällt runter Man geht nicht gut damit um Und es wird so oft angezeigt Dass die E-SIM nicht mehr gelesen wird Und dann eine E-SIM Finde ich doch geil Das wird dann bei den verbauten Kameras Denn es sieht aktuell danach aus Dass das iPhone 15 Ultra Insgesamt 3 48 Megapixel Sensoren bekommt Also auf allen drei Kameras Und das führt dazu Dass in Verbindung mit einer neuen Periscope Telelinse Wir einen 5- bis 10-fachen Optischen Zoom bekommen Doch wie ist das jetzt möglich Fragt ihr euch Nun ja Wenn Apple hier ebenfalls Einen 48 Megapixel Sensor Bei der Telelinse verbaut Dann können sie für die 5-fache optische Vergrößerung Einfach den vollen 48 Megapixel Sensor nutzen Und für die 10-fache optische Vergrößerung Einfach nur die 12 Megapixel Die sich genau in der Mitte Von diesem 48 Megapixel Sensor befinden Das gleiche sehen wir ja aktuell Auch schon beim Hauptsensor Im iPhone 14 Pro Dieser hat ebenfalls 48 Megapixel Und damit können wir Zweifach quasi verlustfrei zoomen Und dadurch haben wir dann eben Beim iPhone 15 Pro Max Einen 5-fachen bis 10-fachen Optischen verlustfreien Zoom Und ich bin super gespannt Wie dieser qualitätlich werden wird Auf jeden Fall nochmal im Zoom Bereich Deutlich besser Als das aktuelle iPhone 14 Pro Etwas schade ist jedoch Dass wohl diese Periscope Lens Nur in das Pro Max Beziehungsweise Ultra Modell Verbaut werden soll Und nicht in das normale Pro Modell Weil hier wohl das Gehäuse Dafür einfach nicht groß genug ist Ja finde ich aber nicht schlimm Ich finde generell Wir sollten den Trend Zu größeren Handys Machen Weil ganz ehrlich Frauen haben sowieso Immer eine Handtasche dabei Die haben da gar kein Problem mit Für ein großes Handy Also ich kann keine Frau Heutzutage keine Handtasche dabei hat Oder nicht irgendwo den Platz Findet ein Handy hinzutun Und als Mann Ganz ehrlich Wir haben immer irgendwie Die Möglichkeit Unser Handy Irgendwo hinzutun Also nur mal um das mal Vorher wegzunehmen Also ich finde es halt Relativ geil Wenn du halt ein Handy hast Wo du viel Akku hast Wo du viel Display hast Ich war auch echt Am überlegen Mir dieses Galaxy Fold zu holen Weil ich finde das cool Du kannst da Ein Video mal drauf schauen Auf ganz geschillt Kannst dich irgendwo hinlegen Und so Das ist geil Also ich feiere sowas Aber Ja ich bin Appleianer Ich bleibe auch dabei Kommen wir als nächstes Zu den Obwohl Ich dieses Jahr Überlegt habe Mal zu wechseln Aber ich bleib bei Apple Scheiß drauf Und hier sieht es wohl Danach aus Dass Apple Ja ihr habt richtig Gehört Apple An Touchscreens Für Macs Arbeiten soll Obwohl sie über Jahre hinweg Gesagt haben Dass das doch super unpraktisch sei Aber man sieht es aktuell Bei den iPads In Verbindung mit einem Magic Keyboard Oder auch bei vielen Windows Laptops Dass so ein Laptop Mit Touchdisplay Gar nicht mal so Extrem unpraktisch In verschiedenen Szenarien ist Und dementsprechend Scheint Apple Nun auch daran zu arbeiten Aber es wird wohl noch Einige Jahre dauern Also ich würde generell Tablets Ich würde Tablets Weniger Fokus drauf legen Ich würde Tablets Nicht so leistungsstark machen Darf aber mit einem Geilen Display Weil ich finde Tablets werden Einfach In zu wenigen Fällen An ihrer Leistungsgrenze Gebracht Weil zum Beispiel Jetzt mein Tablet Mein iPad Pro Generation 1 Was dieses Jahr Nicht unterstützt wird Danke nochmal Apple Ist absolut Immer noch Nicht ausgelastet Und sowas Also Schwachsinn Sich da ein neues zu holen Werde ich auch wahrscheinlich Nicht machen Wenn ich ein iPad Kommt Was soo heftig ist So Weil da muss man ja auch Schon wieder 1 4 hinlegen Und da habe ich Persönlich Keine Lust drauf Ich würde es geil finden Wenn du ein Mac hast Wo du sagst Ey okay Ich bezahle da jetzt mal 3 Weil ich schon mal ein Taui Nicht bezahle Für ein iPad Bezahl ich da 3 Dann muss ich noch 2 Dahin legen Dann habe ich aber Einen richtig geilen M3 Pro Max Prozessor Dann habe ich Speicherplatz Da habe ich Dingsbums Und dann Gibt es einfach Einen iPad Modus Wo du dann iPad Apps auch benutzen kannst Und in den schalten kannst Und dann einfach auch Gleich auf Kleinstag spielen kannst Und es gibt den Mac Modus Das wäre das krasseste Produkt Das würde ich kaufen Bis zum geht nicht mehr Das wäre so innovativ Weil Jetzt hast du ein iPad Ein iPhone iPhone ist ein Smartphone Okay du hast ein iPad Du hast verschiedene iPads Wo ich Keine Funktion Für alle anderen sehe Außer vielleicht Noch für das iPad Air Ich sehe nur Funktion für das iPad Pro Weil ich finde Wenn du dir was holst Muss es erstens Guck mal Ich finde du sollst dir was holen Was erstens mal qualitativ gut ist Wo du was machen könntest Was du vielleicht nicht immer machst Weil du schränkst dich ein So Immer schränkt man sich irgendwo ein Ich bezahle lieber ein bisschen mehr In der Technik Hab dafür die mehreren Möglichkeiten Und fertig Natürlich ist das bei anderen Nutzern anders Deswegen ist das Produktportfolio Ja größer Okay ich verstehe das Aber ich rede jetzt von mir Von meiner Position Ich versuche jetzt hier nicht Eine Marketing Strategie Für Apple zu machen Ich versuche nur über mich zu reden Was ich gerne hätte So Man kann ja von mir aus iPads lassen Aber für mich gibt es halt Keinen Sinn Ein iPad Pro zu kaufen Weil Was willst du damit Ich gucke darauf Videos Und ich will darauf Einfach nur ein großes Und geiles Display haben Das war es Mehr will ich dann nicht Und ich hätte so gern Ein Macbook mit Touchscreen Das wäre so was von hammerhart geil Würde ich richtig fühlen Bis das tatsächlich auf den Markt kommt Das gleiche gilt auch dafür Dass sie wohl an OLED Panels Für die Macbooks arbeiten Welche dann mit einer neuen OLED Technologie ausgestattet sind Ähnlich wie das auch für die iPads Geplant ist Damit diese OLED Displays Einfach genauso hell werden Wie die aktuellen Mini LED Panels Aber gleichzeitig kein Blooming haben Und dementsprechend noch mal Bessere Kontrastwerte liefern Aber auch diese Panels Würde es wohl frühestens In ein bis drei Jahren geben Doch auch in diesem Ja ist auch nicht schlimm Also Wir haben gute Sehr sehr gute Macbooks Reicht Hier soll es natürlich noch Einige neue Macs geben Darunter zum Beispiel Ein 15 Zoll Macbook Air Was möglicherweise Zur WWDC vorgestellt werden soll Außerdem warten wir auch Nach wie vor auf ein Mac Studio Mit M2 Ultra Und wir warten auch immer noch Auf ein Mac Pro mit Apple Silicon Und einen neuen Pro Display XDR Mit Mini LED Technologie Darauf bin ich auch wirklich Sehr gespannt Und hoffe einfach mal Dass Apple da nicht mehr So lange drauf warten lässt Und wo wir schon einmal Beim großen Thema WWDC 2023 Waren Diese soll vom 5. bis zum 9. Juni stattfinden Und soll dieses Jahr dazu dienen Nicht nur Software Und gegebenenfalls Ein 15 Zoll Macbook Air Vorzustellen Sondern ein vollkommen neues Produkt Oh ja Danke nochmal für die Werbung Alter wirklich Geht mir die Werbung auf den Sack Ein Apple VR Headset Ja davon halte ich gar nichts Also ich finde VR Okay ist cool Aber ganz ehrlich Junge wir haben unsere Augen Wir haben unsere Wir nehmen schon genug Unsere Umgebung nicht wahr Weil wir aufs Handy gucken Weil wir hier gucken Weil wir da gucken Ich mag das nicht Ich hab auch noch nie Eine Oculus Rift gehabt Ich hab auch noch nie Eine Playstation VR 1 oder 2 gehabt Weil Erstens sag mal Ich spiele Spiele Einfach old school Ich bin da vielleicht auch ein bisschen Nicht offen genug Für das Thema VR und AR Hier so Ein bisschen ist das geil Aber das ist ein bisschen Zu viel Spielerei Wenn wir irgendwann eine Brille haben Wo unser Handy integriert ist Okay das fühle ich Aber ich werde mir jetzt keine Dings aufsetzen Und werde damit meinen Alltag machen Hat so viele Nachteile Das hat mal einer getestet Der hat sich jeden Tag Hier eine Wir Der Eine Brille aufgesetzt Der hat Nackenschmerzen Gab dadurch Der hat generell Sich auch schlechter gefühlt Kopfschmerzen Und so Ich finde das nicht gut Ist einfach nicht so meins Darauf bin ich Extrem gespannt Denn die Gerüchte Ziehen sich hier ja Wirklich schon über Extrem viele Jahre Und Jetzt scheinen sie sich Endlich zu verhärten Es sind wirklich Viele Leaks aufgetaucht Bauteile Und auch die Einladung Zur WWDC Sieht einfach ganz klar Nach so einer Linse Von einem VR Headset aus Und es scheint sicher zu sein Tim Cook möchte unbedingt Noch dieses Jahr So ein VR Headset Auf den Markt bringen Selbst Obwohl seine eigenen Mitarbeiter sagen Ich weiß nicht Ob das so clever ist Eigentlich ist es Vielleicht noch gar nicht So zu 100% Marktreif Aber da Tim Cook Das einfach nicht mehr So lange machen möchte Und noch diesen Einen Pitch wagen möchte Hat er jetzt anscheinend Ein Machtwort gesprochen Und gesagt Dieses Jahr Machen wir das Kommen was wollen Dieses VR Headset Soll stolze 3000 US Dollar Kosten Und Apple wird mit jedem Verkauf sogar noch Verlust machen Warte Ja Ihr habt Was Wird mit jedem Verkauf sogar noch Wollen Verlust machen Dieses VR Headset Soll stolze 3000 US Dollar Kosten Und Apple wird mit jedem Verkauf sogar noch Verlust machen Ja Ihr habt richtig gehört Apple plant in diesem VR Headset wirklich die aktuell beste Hardware zu verbauen Aktuell wird gemunkelt Dass es dementsprechend Auch sich nicht so super häufig Verkaufen wird Apple Wer kauft denn das Digi Wer kauft denn das Näh Was sollst du denn damit machen Was sollst du denn damit machen Geil Technik Neu Krass Ja okay Innovation Aber What the fuck 4K Alter In Deutschland Say 4K Oder 3,5 500.000 Stück davon verkaufen Was im Vergleich zu iPhone Verkäufen Einfach nichts ist Aber bei dem hohen Preis Auch irgendwie zu erwarten Ich bin extrem gespannt Auf dieses VR Headset Und werde es auf diesem Kanal Auf jeden Fall ausgiebig testen Wenn ihr das nicht verpassen wollt Dann lasst am besten Ein Like Und ein Abo da Aber zur WBDC Wird natürlich auch Software vorgestellt Unter anderem IOS 17 Und hier plant Apple Natürlich wieder Diverse Verbesserungen Unter anderem Ist endlich Dieses bereits letzte Jahr Angekündigte Next Gen CarPlay geplant Und Das Kontrollcenter Soll wirklich Maßgeblich überarbeitet werden Vielleicht legen sie es ja Wie bei Android Mit dem Nachrichten Informationscenter zusammen Was ich wirklich praktisch fände Weil diese ständige Von oben rechts Beziehungsweise von oben links Runterwischen Könnte man dann einfach In einer Geste Miteinander vereinen Ja Ich finde halt IOS hat Also es ist ein Sicheres System Solides System Aber könnte ein bisschen Innovativer sein Das ist halt Apple Ding Apple läuft Apple ist qualitativ Aber es ist halt Nicht so innovativ Punkt Außerdem soll auch Siri Noch mal deutlich Intelligenter werden Denn wir haben ja gesehen Was ChatGPT einfach drauf hat Und Siri hängt da gefühlt 20.000 Jahre zurück Und dementsprechend Ist es an der Zeit Dass Siri einfach Endlich mal Intelligenter Und zuverlässiger wird Sprechen wir zuallerletzt Wie im Intro angesprochen Auch sehr interessant Airpods Bin ich auch ein krasser Typ Airpods hast du den ganzen Tag Im Ohr Airpods benutze ich glaube ich Mehr als das iPhone Wenn ich unterwegs bin Also Würde ich sagen Dass ich mehr die Airpods benutze Als das iPhone Hört sich komisch an Aber Das was ich da Also ich höre viele Musik Ich höre auf der Arbeit Ich höre in der Bahn Musik Ich höre in der Bus Musik Ich höre im Sport Musik Ich höre ja manchmal Sogar hier noch daheim Dann Musik über die Airpods Auch wenn ich hier Studiokopfhörer habe Einfach weil Du kannst dich bewegen Du bist frei Du kannst duschen gehen Duschen mit Airpods Du kannst in die Küche gehen Du kannst dahin gehen Du kannst hier hingehen Geil Auch über die Airpods Pro Mit USB-C Diese wurden jetzt Nämlich vermutlich Im Quellcode von IOS 16.4 Geleakt Und sie sollen noch Dieses Jahr auf den Markt Kommen Aber Ihr dürft jetzt hier nicht erwarten Dass komplett neue Airpods Pro Auf den Markt kommen Sondern am Ende Werden diese Airpods Pro Einfach nur den Ladeport Auswechseln Und dementsprechend Wie das damals Auch bei den Airpods Pro Der ersten Generation war Wo es dann dazu Auf einmal dieses MagSafe Lade Case gab Wird man diese Airpods Pro Dann von da an Einfach nur noch mit USB-C Kaufen können Ansonsten verändert sich An den Airpods Pro Aber erstmal nichts Aber Apple hat ja Anscheinend geplant Nach und nach Jetzt alle Produkte Auf USB-C Umzustellen So Leute Das ist Ich würde sogar Tendenziell Dann sagen Dass ich dann Vielleicht wechsle Weil ich hasse es auch Überall Lightning zu haben Weil dann hast du überall USB-C Das ist auch geil Weil sonst muss ich Zwei Kabeln immer mitschleppen Wenn ich dann das neue iPhone Hab und die neuen Cases Muss ich mal gucken Was von diesem Video Auch schon wieder gewesen sein Schreibt mir eure Meinung Hierzu auf jeden Fall Mal in die Kommentare Dann diskutieren wir drüber Ansonsten Vielen Dank fürs Zusehen Und wir sehen uns Wie immer im nächsten Video Geiles Video Ich würde sagen Damit belassen wir es auch Weil die Ration ist jetzt auch schon lang genug Wenn es euch gefallen hat Lasst einen dicken Daumen nach oben da Abonniert den Kanal von Das ist ja auf einmal Dingsums Abonniert bitte den Kanal von MoKid Das ist iPhone 5 Bester Mann Ich küsse sein Herz Und wir sehen uns beim nächsten Mal Bis dahin Peace